Scheiße. Nichts! Ich hab nur ne Katze. Scheiße. Wie geht's dir? Na, hallo! Ey, sie spielt nicht fair. Wieso das alle? Junge! Help me. Okay. Ex-Pack, mein lieben Freund. Heute ist auch Sophia dabei. Wie ich immer. Ja, aber nicht hinter der Kamera. Apfelmus. Heute werden wir mal Sophias Handy schauen, was für ein Geheimnis die da hat und was so mit dem Crush so läuft. Wisst ihr, ja? Erstmal gehen wir auf Snapchat, Leute. Wir machen Bildschirmaufnahme, Leute. Also man sieht da irgendwie rechts so ein kleines Zeichen, aber das ist nicht so. So Leute, wir sind jetzt in ihrer Galerie. Ähm... Es ladet. Scheiße. Nicht! Ich hab nur ne Katze. Scheiße. Wer macht um 2 Uhr nacht irgendwelche Videos von sich so... Oh mein Gott. Ich? Ich hab ne Klatze. Oh mein Gott, ich hab ne Klatze. Wie geht ihr zu den Chats? Was? Was? Ja. Ei. Oh, da ist die Crush. Pfff. Pfff. Guten Morgen. Hi. Wie war dein Tag bisher? Du hast mittlerweile... Der hat gelesen, ich gar nicht. Du hast mittlerweile echt einen Hass auf dich. Antwortet nicht. Hi. Liga. Ich war live. Ruf mich nicht an. Pfff. 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 Was? Boah, Leute, ich liebe dieses Video. Was? Wie geht's? Pfff. Wie geht's? Pfff. Wie geht's dir? Na? Hallo! Ey! Ey, sie spielt nicht fair. Pfff. 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 Okay. Pfff. 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 Okay.